Hey, herzlich willkommen zu Part 36 von Let's Play The Sims 3. Ne, Freunde! Oh mein Gott, ich bin gerade total aufgeregt, weil... Eigentlich wollte ich bis zum Morgen durchspielen, aber das Baby kommt! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz tief durchatmen. Ähm, wir müssen jetzt ins Krankenhaus und das Kind gebären. Ich hoffe, dass sie nicht auch da zu Fuß hinlaufen wollen. Das wäre wirklich sehr traurig, wenn dies der Fall wäre. Oh mein Gott, der Bauch platzt gleich. Ich bin so gespannt, ob sein Mädchen oder ein Junge wird. Ich habe noch gar keinen Namen rausgesucht, aber ich gucke dann gleich in die Kommentare vom letzten Video. Oh mein Gott, mein Auge juckt. Ryan, mach hin, in die Treppe runter zu kommen! Schwangere Frau im Anmarsch. Levi ist ja immer noch wach, eigentlich sollte er schon lange schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, was er tut. Ähm, Levi, wie wär's? Schlafen? Ja, du musst jetzt nicht auch noch schreien, dass das Baby kommt. Wir haben es verstanden. Die machen sich jetzt hier auf den Weg. Weh, wolle zu Fuß laufen. Muss, äh, Elissa jetzt fahren? Ach, Elissa sagt schon. Abby jetzt fahren, oder was? Hä, fang... Ach, oh, Levi hat das Auto. Hm. Vielleicht sollte Ryan das bekommen. Es ist immerhin nicht Levi's. Aber wir können Levi auch bald eins kaufen, denn wir haben genug Geld. Aber er muss dazu erstmal den Führerschein zu Ende machen. Und das ist, äh, nicht in naher Zukunft an... an... voraus... Was möchte ich sagen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich hab immer noch nicht überlegt, wie wir das jetzt machen sollen. Hi, Hayley. Habt ihr sie gesehen? Ähm, oh, da war Noah. Hi, Noah. Wie wir das jetzt machen sollen mit dem Babyzimmer. Ich weiß gar nicht, wo das Baby hin soll. Aber, naja, ich hab auf jeden Fall noch kein neues Haus gebaut. Ja, mir fällt's zu schwer. Ich musste kurz einen Schluck trinken. Ich hab nämlich grad schon Inselparadies aufgenommen. Ich hab ein neues Hausboot gebaut. Falls ihr das sehen wollt, schaut im letzten Inselparadies... äh... Part vorbei. Der ist nämlich auch online. Vor diesem Part hier. Los, geht ins Krankenhaus! Ich möchte wissen, was es wird. Wiii, ui, 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 ui. Entschuldigung, ich bin super nervig. Ich weiß, dass ich super nervig bin. Denn wir haben so viele Sachen im Inventar. Da müssen wir echt mal ein bisschen aussortieren. Und Ryan stinkt und Ryan ist müde. Und es ist egal, weil Abby kriegt ihr Kind. Los, geht rein jetzt! Okay, dü, 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 dü. Ein kleiner Junge! Oh mein Gott. Leute, es ist wirklich wie bei der ersten Staffel. Zu dem Zeitpunkt ist Jack geboren. Und jetzt... Also, es ist erst der Ryan geboren. Und dann sind die zwei Mädels geboren. Und dann ist Jack geboren. Und jetzt ist schon wieder ein Junge. Oh mein Gott! Was ist das? Okay, ich muss jetzt mal schnell einen Namen raussuchen. Denn das habe ich, wie gesagt, noch nicht gemacht. Bis gleich. Okay, ich habe einen Namen gefunden. Und zwar kommt er von Monster High Cookie. Und er oder sie hat geschrieben Super Video. Und dann hat sie ein paar Namensvorschläge für Mädchen. Und dann für Jungen gemacht. Und ich habe mich für Mike entschieden. Weil Mike hatten wir halt noch nicht. Und... Ja, ich finde es ein cooler Name. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt danach nicht noch einen Jungen kriegen. Weil sonst ist es wirklich wie in der ersten Staffel. Also, ich weiß ja nicht, ob wir danach überhaupt noch ein Baby machen. Aber mal gucken. Naja. Heute wird es geil, Kapitän. Ich mache es super. Freundlich und lieb die Kälte. Noch einmal. Wahnsinn und chaot. Mäh. Mäh. Machen wir nochmal. Oh ne, Böse haben wir schon. Chaot und künstlerisch. Das klingt doch gut. Nehmen wir das doch. Oh, wir haben ein Baby. Hike mal. Oh, er heißt Möller. Weil Abby Möller heißt. Wir müssen so schnell wie möglich heiraten. Das geht nicht, dass das Kind anders heißt als Ryan. Hallo Baby. Ich brauche ein Pütefon. Warum rede ich so hässlich? Ich weiß es nicht. Schaut, wie glücklich sie aussieht. Oh, das hast du gut gemacht, Abby. Ryan steht zu ihren Diensten. Guckt euch ihn an im Hintergrund. Das ist so super. Okay. Schön. Wir haben ein Baby. Und ich düse jetzt mal ganz schnell hier nach Hause. Und muss da mal gucken, wo wir das Babybett hinstellen können. Manche von euch haben geschrieben, dass hier ja noch Platz ist. Und da habt ihr eigentlich recht. Nur dann sieht das Haus von außen nicht mehr so gut aus. Aber. Warte mal. Wie ist die? Ist das Dach? So. Kann ich die Wand vielleicht einfach expandieren? Ja, warte. Das können wir mal kurz löschen. Wenn wir die Wand ein bisschen. Warum nicht? Muss an einer Wand platziert werden. Bist du dumm? Ich will die doch nur expandieren. Hängt da was an der Wand? Nein. Dann können wir da jetzt auch das mal eben löschen. So. Und dann. Ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, ein neues Haus zu bauen. Deswegen. Ähm. Moment. Ich kann hier gerade das nicht alles gleichzeitig hier. Deswegen mache ich jetzt erstmal das Kinderbett hier ins Schlafzimmer mit rein. Und dann werden wir, wenn Mike dann älter wird, werden wir dann ein neues Haus haben. So. Aber erstmal machen wir das jetzt so. Äh. Okay. Die Kommode muss dann ein Ticken hier rüber. So. Und dann kann das Babybett nämlich. Theoretisch könnten wir da noch ein eigenes Zimmer draus machen. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Dass das Baby bei den Eltern im Schlafzimmer schläft. Welches Bett sollen wir nehmen? Das hatten wir lange nicht mehr, oder? Was haben wir nochmal für ein Schlafzimmer? So ein cooles, ne? Dann nehmen wir vielleicht doch lieber das hier. So. Jetzt haben wir das Babybett. Und wenn wir das Babybett so rüberstellen, dann kann hier das Katzenbett hin. Und der Spiegel kann so hier so stehen. Oh wow! Das ist doch wundervoll! Aber wir brauchen darüber noch ein bisschen Deko. Also ich brauche darüber ein bisschen Deko. Ähm. Vielleicht können wir da irgendwie was Kindliches hinhängen. Dum 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 dum. Wie können die Elefanten da hinhängen? Die sind so schön. Wartet. Wir nehmen einmal diesen Elefant. Ah ne. Sieht so mädchenhaft aus. Entschuldigung, dass ich das sage. Aber ist so. Ähm. Die Grafe? Ich glaube, die haben wir irgendwo auch schon, aber es macht nichts. Äh. Haben wir davon auch noch ein anderes Bild? Ja. Dann hängen wir da zwei Bilder nebeneinander. Okay. Hängen wir so hin. So. Äh. 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 So schön. Das gefällt mir. Okay. Jetzt haben wir das Babybett da hingestellt. Und, äh. Jetzt können die nach Hause kommen. Ach so. Ich möchte das Haus mal von. Oh. Wir haben noch gar kein Dach da drüber. Vielleicht sollten wir das machen. Nina. Du bist so intelligente. So much intelligente in one. Ähm. Oh. Theoretisch könnten wir doch jetzt einfach das Dach expandieren. Mensch. Nö. So. Wow. Nina. Wow. Das ist doch wundervoll. Love is in the air. So much for Nina. Love is in the air. Wow. I like it. I like it so much. Okay. Gut. Dann, äh. Wo können wir jetzt die Wände wieder? Och. Wände runter. So. Und dann können die jetzt nach Hause kommen. Und dann schauen wir mal, ob wir das Baby da reinlegen können oder nicht. Warum geht es den Mädels schlecht? Wer hat eigentlich hier eine Falle platziert? Hä? Wer war das? Oh mein Gott. Vielleicht können wir in diesem Part dann auch schon die Katzenbabys machen. Das wäre ja auch schön. Also zumindest, dass Kitty dann schwanger wird. Ich meine, so lange bleibt die auch nicht mehr, oder? Oh. In 19 Tagen wird sie schon zur alten Katze. Okay. Dann müssen wir da auf jeden Fall reinhauen. Und, oh, sie liegt wieder hier auf der Kommode. Das ist so niedlich. Kommt ihr jetzt mal? Was macht ihr? Ach, ihr seid schon da. Hey. Na, wie geht's? Und er möchte heiraten. Oh. Okay. Geh jetzt einfach erst mal schlafen. Und du legst schnell das Baby ins Bett. Und der Katze auch schlafen geht. Iiiiih, da hat eine Katze über sich übergeben. Und dann überspringe ich bis zum Morgen. Und wir sehen uns gleich. Also, wir hören uns gleich. Okidoki, Antichoki. Also, Riley ist gerade schon... Oh, das Sushi ist schlecht geworden. Riley ist gerade schon erwacht. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das hier nicht doch ein wenig... Na, ah. Anders mit dem Licht machen kann, weil... Ach, Mann. Ich will die Lampe. Weil im Inselparadies-Hausboot ging das. Guck mal. Ich habe null Lichter. Und trotzdem ist das so überbelichtet. Ich weiß nicht, wieso. Wir stellen das jetzt einfach hier so hin. Und dann... Ja. Mal gucken, ob es sich irgendwann ändern wird. Naja. Auf jeden Fall ist Riley jetzt hier gerade schon wach geworden. Ich glaube, Ruby auch. Sie holt sich jetzt gerade was zu essen. Ryan und Abby schlafen natürlich noch. Lieber ist jetzt auch schon wach. Er muss noch duschen gehen. Dann geht er jetzt direkt mal duschen. Hunger hat er jetzt nicht unbedingt so viel, weil er ja gestern vor dem Schlafengehen noch was gegessen hat. Und Riley muss aber, glaube ich, noch Hausaufgaben machen. Ja. Dann machst du mal schnell noch ein bisschen Hausaufgaben. Sie wünscht sich, den Napf zu füllen. Kitty sitzt einfach da oben auf dem Dings. Hallo, kann der mal weggehen? Verpiss dich. Entschuldigung. Riley, ruf deinen imaginären Freund. Okay. Mach dich vom Acker. Sie hat Hunger. Jetzt spielt sie hier mit ihrem imaginären Freund. Okay. Warte mal. Ist Rileys imaginärer Freund, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Pippi, das ist ein Mädchen. Okay. Okay. Mike schreit gerade. Das heißt, Abby und Ryan müssten jetzt gleich auch aufwachen. Yep. Das ist wohl der Fall. Ryan musste ja auch heute arbeiten, ne? In fünf Stunden muss er los. Äh, ist ja, ist ja erst. Warum? Ryan hat folgenden Ruf Rotzlöffel? Was? Was wollt ihr denn von mir? Ja, Ryan. Äh, bist du sehr müde? Nö, das geht doch noch. Was braucht das Kind? Äh, Kuschel-Einheit und Futter. Kuscheln, spielen, Futter. Okay, vielleicht erst Futter und dann spielen. So. Und dann kann Abby vielleicht gleich noch ein bisschen schlafen, wenn er sich dann berückt hat. Nein. Geh, du. Schon mal Pipi machen. Du musst ja pinkeln. Ähm, du musst gleich ausgeschlafen sein, weil du musst dich um den Haushalt kümmern. So, Levi, bist du schon unterwegs? Ja. Ähm, hörst du mal auf zu essen? Die haben jetzt beide ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ryan Harris hat sie eben Mike hochgenommen. Äh, ich muss mich erst noch dran gewöhnen, dass er Mike heißt. Irgendwie ist das voll ungewohnt. Ich habe noch nie den Namen Mike benutzt. Ja, ist ja gut. Ich hoffe, dass jetzt alle am Stittel sind, ja. Du musst noch schnell deine Hausaufgaben machen. Und Ruby scheißt heute einfach mal auf Hausaufgaben und, äh, freundet sich weiter mit Nate an. So, äh, Abby, bist du noch sehr müde? Wahrscheinlich sind sie ja noch heute Abend um 9 Uhr, wollen sie dann schlafen. Oh, sie hat so Hunger. Ja, okay, dann muss sie jetzt mal Frühstück machen. Das hält dann vielleicht auch für die nächsten Tage, weil wir, äh, die Kinder ernähren sich nämlich schon die ganze Zeit nur von, äh, Toast mit Marmelade. So, er hat auch Hunger, aber er muss auch ein bisschen Pipi, deswegen. Ah, kann er erst mal Pipi machen gehen? Und vielleicht hier die Kotze mal wegmachen? Das wäre doch sehr schön, oder? Wie wär's? Okay, dann, ähm, muss er in drei Stunden arbeiten. Ich muss das hier mal kurz koordinieren. Das ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so leicht. Wer bist du? Was läuft da in unserem Haus vorbei? Ich weiß nicht, wer dich eingeladen hat. Zum Glück bist du wieder weg. Okay, jetzt kommen wir, können wir auch mal zu den Kätzchen kommen. Wie geht's denn gerade? Okay, Kitty hat Hunger. Kitty, dann, äh, geh doch mal was futtern. Wie wär's? Geh fressen. Tiger geht's hervorragend. Er schläft irgendwo. Wo ist der? Oh, er schläft auf dem Teppich. Okay. Äh, und dann können wir vielleicht gleich hier ein Baby machen. Also, nicht eins, sondern vielleicht sogar mehrere. Das wäre sehr schön. Ich weiß nicht, wie viele wir beinhalten können in unserem Haushalt. Aber das werden wir dann ja sehen. Okay, sie macht jetzt da Pfannkuchen und er räumt die Kotze weg. Ganz so, wie sich das gehört. Und auf jeden Fall muss ihr jetzt mal jemand die Wäsche machen, weil alle Wäschekörbe sind überfüllt. Wirklich alle. Und, äh, es ist noch nasse Wäsche im Trockner. Und Heidewitzka, Herr Kapitän! So, haben wir jetzt die... Och, Abby. Da musst du wirklich noch dran arbeiten. Was soll das? Warum kannst du nicht kochen? Ja, schmeiß es weg. Mach nochmal neue. Neue Pfannkuchen, bitte. Oh, Ryan muss in der Stunde arbeiten. Das ist jetzt wirklich sehr traurig. Dann muss er vielleicht doch mal, äh, jetzt noch hier schnell einen Joghurt essen. Äh, sonst hat er nämlich nichts zu essen. Dann sollst du, brauchst du jetzt auch keinen Pfannkuchen mehr machen. Dann kannst du jetzt auch noch so lange warten, bis, äh, mittags ist, damit du dann Mittagessen machen kannst. So, äh, dann räumen wir jetzt mal hier alles auf. Und die Kätzchen, warte mal. Kitty, warte. Du sollst jetzt mit Tiger ein bisschen chillen. Tiger, wach mal auf. Moment. Oh, sie pilte. Wir können schon Kätzchen machen, aber wir gehen uns erstmal ein bisschen anschmiegen. Los. Hoffentlich klappt das jetzt so. Nicht so wie, ähm, einfach tierisch Let's Play, als das so mega lange gedauert hat, weil die zu dumm waren, also die Hunde zu dumm waren, in das Häuschen zu gehen. Na los. Warum wollt ihr euch nicht anschmiegen? Was hast du schon wieder? Warum erschreckst du dich schon wieder? Ich verstehe es nicht. Los. Sie räumt hier schön auf. Kannst du jetzt schon Brunch servieren? Ja, kann sie. Super. Dann, äh, bringe ein gewöhnliches Relikt aus Ägypten oder Schien damit zur Schule. Ja, da haben wir was. Da hätten wir was im Angebot. Dann kannst du jetzt mal hier Hot Dogs heute machen. Da freuen sich, glaube ich, alle schon rüber. Nein. Stopp. Oh. Ihr seid doof. Seid jetzt romantisch und macht Kätzchen. Bitte. Stopp. Ich möchte das sehen, wie ihr euch anwudelt. Okay. Oh. Baby. Und? Wollen wir oder wollen wir nicht? Mau, mau, mau. Wollen wir Babys machen? Mau, mau, mau. Ja. Oh mein Gott. Kitty, du gehst auch in die Hundehütte. Ganz ruhig. Oh, da liegen Rechnungen. Sie macht immer noch sauber. Wir machen Kätzchen in dem Katzenhaus. In dem Hundehaus. Los. Es kam kein Ton. Wir müssen jetzt einfach abwarten, ob... Was passiert oder nicht? Nein, du kratzt nicht daran. Oh mein Gott. Das wäre so schön, wenn das klappen würde. Oh mein Gott. Stell dir vor, wir hätten hier noch kleine Katzenbabys. Wie lange brauchst du, Mike, bis er zum kleinen Kind warst? Zwei Tage. Okay. Das kriegen wir hin. Ja. Aber du musst ja auch nicht weitermachen. Mann. Dann geh doch jetzt mal... Räumt, tu es weg. Was machst du? Leg es einfach weg und mach jetzt was zum Mittag. Du hast Hunger. Und dann kannst du die Wäsche machen. Los. Tu es. Okay, ich überspringe mal so lange, bis die hier alle von der Schule kommen und so. Okay, Levi ist jetzt am Start und Abby ist gerade in der Sekunde fertig geworden mit den Hot Dogs. Deswegen gibt es jetzt direkt mal Hot Dogs für Levi und Abby. Vielleicht können sie sich während des Essens hier ein bisschen mehr anfreunden. Das wäre schön. Kommt, setz dich hin. Red da ein bisschen mit Abby. Oh. Ich höre Mike oben schreien. Ja, ist gut, Kind. Wir kommen gleich. Levi kann sich ja auch um Mike kümmern. Oh, ja. Das machen wir. Levi, wenn du gegessen hast, dann kannst du dich um dein kleines Brüderchen kümmern. Denn er hat sich in die Hosen gemacht und braucht Aufmerksamkeit. Ganz so, wie ich immer agiere. Spaß. Spaß. Okay, wir wurden zu einer Party eingeladen. Hoffentlich von unserer Familie. Ja, von Hailey. Natürlich kommen wir. Wann ist die heute Abend? Um 20 Uhr. Okay, da kommen wir natürlich vorbei. Wahrscheinlich wird eh wieder niemand da sein. Aber hey. Ryan ist noch arbeiten. Da muss ich gar nicht drauf zugreifen. So, und du machst dann jetzt hier die Wäsche. Wäsche waschen. Dankeschön. Oh, wir können den Waschgang noch in fein einstellen. Ich weiß immer noch nicht, was es bringt, aber ich mache es jedes Mal. Wahrscheinlich kostet es mehr oder so. So, die Mädels sind jetzt auch auf dem Weg nach Hause. Levi, kannst du schon die Rechnung mit sein? Au, er kümmert sich jetzt. Uh. Warum hat sie einen Schock bekommen? Hey. Naja, egal. Ähm, er kümmert sich jetzt hier um Mike. Wann kommen die Mädchen? Ah, da sind sie. Okay, ihr könnt jetzt hier mal beide direkt Pfand... Ach, Pfandkuchen sage ich schon. Hotdogs essen. Dann seid ihr nämlich auch glücklich und zufrieden. Ach, Mann. Ich bin so eine gute Organisatorin, oder? Macht das erstmal. Managt erstmal so eine große Familie. Und Abby ist jetzt schon wieder müde. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie viel Wäsche das ist. Hi, der Witzka. Ich habe heute Morgen auch Wäsche gemacht. Falls irgendwen juckt, wahrscheinlich nicht. Aber hey, das ist doch wundervoll, oder? So können wir jetzt aber erstmal auf jeden Fall ein paar Parts noch hier wohnen. Weil wir eben das Bett hier für Mike jetzt arrangiert haben. Ja, dann leg ihn jetzt wieder ins Bett. Und dann kannst du nämlich eben die Rechnungen bezahlen. Sonst kommt nämlich wieder der Gerichtsvollstrecker, wie im Inselparadies-Let's Play. Riley, du kannst einfach dich da hinsetzen und essen. Das ist nicht schwer. Dankeschön. So, und wenn du das gemacht hast, Levi, kannst du eben die Hotdogs noch wegstellen. Ruby, du kannst auch deinen Teller wegstellen. Und danach kannst du Hausaufgaben machen. Wie schön. Ryan, wann kommst du? Ach ja, er kommt mit dem Kinderwagen nach Hause. Das ist gut. Da ist er auf jeden Fall dann schneller zu Hause als sonst. Oh nein, er ist so müde. Wie soll er zur Party gehen, wenn er so müde ist? Dann muss er jetzt nach Hause kommen und auf jeden Fall erstmal eine Runde schlafen. Er hat 738 zum Mulans verdient. Wow. Ups. Heidelwitzka, was geht hier ab? So, Abby, wie weit bist du mit der Wäsche? Vielleicht kannst du Ryan dann nämlich noch... Ach, Ryan. Wie weit dann noch ein bisschen Fahren beibringen. Aber Ryan hat ja das Auto im Inventar. Dann müssen wir ihm das kurz stehlen. Wo ist das denn? Oder fährt er damit? Ja, er fährt gerade damit. Dann warten wir erstmal, bis er zu Hause ist. Und dann üben wir noch ein bisschen das Fahren. So, warum schreit er denn schon wieder? Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihm die Flasche geben. Habe ich nicht? Okay. Aber egal. Wir müssen ja eh noch warten, bis Ryan hier ist. Oh, da ist er schon. Dann können wir jetzt das Auto erstmal auf den Parkplatz... Ach, steht er ja da. Ist ja... Dann ist ja super. Ryan, du gehst jetzt... Wow, hast du ein neues Arbeitsoutfit? Das ist ja schön. Du gehst jetzt erstmal hier ein Nickerchen machen, damit du bereit für die Party heute Abend bist. Von Hayley Harris. Und du kannst dann deine Stiefmama wieder bitten, dir das Fahren beizubringen. Nein, du gehst nicht schlafen. Du bringst ihm das Fahren bei. Wahrscheinlich ist sie dafür gleich auch zu müde. Und die beiden unterhalten sich ja alle mit ihrem imaginären Freund. Ich möchte ihn löschen. Wie kann ich ihn löschen? Entschuldigung, aber ich habe beschlossen, dass Riley ihren imaginären Freund behalten darf. Das habt ihr nämlich mir auch in den Kommentaren geschrieben. Deswegen werden wir ihn jetzt einfach löschen. Ich weiß nicht, geht das hier überhaupt? Löschen, erzwingen. Löscht Moritz Harris. Dieser kann nicht zurückgeholt werden. Fortfahren? Ja. Warum? Der kann man den Tod erzwingen. Oh mein Gott. Aber das ist doch einfach nur ein imaginärer Freund. Dehydriert. Ableben durch Geleebonbon. Spukverwünschung. Oh mein Gott. Stumpfe Gewalteinwirkung. Was? Das drücke ich jetzt einfach mal. Es wurde ein Grabstein für Moritz Harris erstellt. Dieser befindet sich nun im Mausoleum. Oh, wie traurig. Entschuldigung, Ruby. Aber nur Riley darf ihren behalten. Weil das ist sonst zu viel Heckimäcki hier. Okay, verstehst du doch, oder? Das verstehst du doch, oder? Bist du jetzt traurig? Nein? Okay, gut. Sie geht jetzt duschen. Sehr schön. Du sollst das Baby nicht mitnehmen. Wenn du das Baby mitnimmst. Ich haue dich. Ich haue dich wirklich, Levi. Levi. Nimm mich ernst. Ich haue dich. Ich hoffe für dich, dass du ihn weglegst. Dankeschön. Ey, gehst du jetzt nicht... Okay. Anscheinend gehen die nicht fahren lernen. Ah doch, gut. Dann ist ja gut. Wahrscheinlich fahren die jetzt wieder 5 Meter und dann hat Abby keine Kraft mehr, weil sie so weh ist. Wann beginnt nochmal die Party? Ich glaube um 20 Uhr, ne? Naja. Riley, hast du schon Hausaufgaben gemacht? Nein. Hey, warum streitet ihr euch? Ihr könnt ja noch ein bisschen Fang spielen. Und dann musst du irgendwann Tante Zoe bitten, dir den Trank zu machen. Dann können wir ihn auch... Warum sitzt sie so komisch? Dann können wir ihn auch wahr werden lassen. So, die sind jetzt hier schon am Driven. Oh mein Gott, er hat bald seinen ersten Führerscheinpunkt. Wahrscheinlich noch wird Abby das vorher noch abbrechen, weil sie so müde ist. Das wäre wirklich sehr traurig. Hier ist die Hochzeitslocation. Yay! Er hat den ersten Punkt erreicht. Die Party von Hayley Harris, zu der Ryan eingeladen ist, beginnt in einer Stunde. Okay. Es ist ein aufregendes, wenn auch ein peinliches Ritual für jeden Teenager, das Fahren zu erlernen. Du hast soeben den ersten Schritt in die Unabhängigkeit getan. Es erfordert Zeit und äußerste Geduld, die sich aber schließlich auszahlt, wenn Levi seine Fahrerlaubnis in den Händen hält. Oh, wie schön. Okay, Ryan, bist du wach? Ach, du sollst jetzt bitte... Oh, das ging schnell. Du sollst jetzt bitte zur Party gehen. Levi ist absolut gestresst, dann sollte er vielleicht mal ein bisschen... Oh, wo sind wir? Oh, was für ein schöner Spielplatz... Was ist das hier? Wer ist das? Ellie Thompson. Oh, geil! Leider, witziger, Herr Kapitän. Bisschen starke Kontur, aber hey. Äh, wie wär's denn mit nach Hause gehen? So? Hm? Ne? Wär das was für dich? So? Oh, hier ist voll der coole Aufenthalt. Platz, Aufenthalt, Platz. Hier könnten wir mit Kitty und Tiger mal hinjetten. So, Abby, bist du schon zu Hause? Nein, sie schläft auf der Parkbank! Yay! Warum tust du das, Abby? Warum? Warum tust du mir das dann? Abby, geh bitte nach Hause. So, danke schön. Und Ryan ist schon auf dem Weg? Geht er zu Fuß mal wieder? Nein, gut, er ist mit dem Taxi gefahren. Oh, hier geht schon die Party ab. Ellen ist wahrscheinlich DJ. Elissa ist da. Das endet böse. Das endet definitiv böse. Oh mein Gott, warum wird sie eingeladen? Hayley, du weißt, dass es die Ex-Frau ist. Hayley! Egal, wir gehen erst mal Mama umarmen. Äh, Komplimente bei Party machen. Nein, ich möchte dich umarmen. Da. Hallo, Mama! Na, wie geht's? Ich bin erst 35 Jahre alt, aber ich liebe es, meine Mama zu umarmen. Nein. Das sollte auch immer... Oh, Hayley ist betrunken. Das ist immer der Fall sein, dass man seine Mama gern umarmt. Und? Oh. Okay, jetzt gehen wir eine Runde Elissa anschreien. Wahrscheinlich werden wir dann rausgeschmissen. Barsch begrüßt. Aber das macht nichts, weil Hayley hat sie einfach eingeladen. Zoe ist auch da! Hi, Zoe! Okay, danach werden wir mit Zoe chillen, weil sie die gutste Schwester auf der Welt ist. Okay, einschlagen. Wir haben so viel... Ah! Elissa flirtet rein an! Skandal! Im Sperrbezirk Skandal! Im Sperrbezirk Skandal! Skandal, oh Melissa! Oh mein Gott! Hi, der Witz gab. Nein, warte, wir wollen sie erst anschreien. Gemein. Beleidigen. Nein, wir streiten nur. Nicht beleidigen. Und dann gehen wir zu Zoe. Wo ist Zoe jetzt hin? Da hinten. Sie macht Party. Machen sie heute Party, Mr. Krabs? Oh, sie danced. Oh yeah, Zoe. Yeah. Work, work, work. Okay, Elissa ist sehr wütend auf Ryan. Das ist mir sowas von egal, du Sack. Er ist gar nicht mehr so sauer auf sie gewesen, ne? Das war doch wie mit Noah, dass hier alles so rot war. Oder war das nur bei den Kindern so? Weiß ich gerade nicht. Hey, Bro! Was geht up in the club? Wuhu! Und dann können wir sie auch umarmen vielleicht. Ja, umarmen sie auch. Und dann können wir die Beschämung ausdrücken. Das ist definitiv zu laut. Sie direkt. Dankeschön. Da kann ich ja gar nichts hier machen. Hey, hast du jetzt deine Beschämung ausgedrückt oder nicht? Erzähl mal eine Geschichte. Mach ein Kompliment über ihren Tanzstil. Den Tanzstil muss man auf jeden Fall erstmal loben. Und dann können wir gleich mal... Können wir irgendwie von unserem Kind erzählen oder so? Von Hochzeitschwärm. Von welcher Hochzeit? Von deiner? Die war zwar schön, aber mit deiner Ex-Frau. Was halten die von mir? Was hält Elissa von mir? Oh, er hat voll die gute Beziehung zu Zoe. Das ist voll schön. Ach nee, Zoe ist ja nicht lustig. Da machen wir keinen Witz. Dann umarmen wir sie jetzt einfach nochmal. Und dann ist gut. So, kommt jetzt hier noch irgendwer von der Familie Paris nach Hause? Nein, aber Alfonso ist auch am Start. Dann können wir ihn auch erstmal begrüßen und kurz mit ihm einschlagen. Balou ist immer noch da. Das ist so krass. Er kommt da. Ach, Elissa. Zoe, kannst du sie bitte schlagen oder so? Also, das wäre doch typisch Zoe. Oder nicht? Weißt du, sie fühlt sich ja ganz zu Hause. Ist das nicht mehr unangenehm? Warum ist Alfonso eigentlich immer überall da und Ivy nicht? Ich muss Ivy, glaube ich, auch mal resetten. Ähm, dann können wir ihn freundschaftlich umarmen. Hey Jack, was geht ab? Bitte komm ab! Dann können wir ihm kurz eine Geschichte erzählen. Und dann gehen wir zu Jack. Hey Bro, was geht? Warum können wir nicht... Ah, freundschaftlich begrüßen. Hey Jack, Jack. Reiß dich zusammen. Oh. Sind die noch nicht schlafen? Oh, lieber Lee, ist Friday eine rüchte Nachtgeschichte vor. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh mein Gott, ich liebe Liva. Liva ist so niedlich. Oh mein Gott, das ist so süß. Der große Bruder. Oh. Er liest dir aus einem Logikfähigkeitenbuch vor. Oh, das ist so niedlich. Okay, ich hoffe, du bist schon schlafen. Ja, Abby ist noch auf Klo. Geht jetzt auf Klo. Und Mike ist im Bett am Schlafen. Nein, pinkelt sich jetzt gleich in die Hose. Okay. Ryan hat hier auf jeden Fall Fun auf der Party. Das ist die Hauptsache, dass er Spaß hat. Auch wenn Alyssa anwesend ist, ist sie nach Hause gegangen. Nein, sie sitzt dahinten ganz getötet am Tisch. Wo ist Alan? Ich resette die jetzt alle. Reset. Weil es kann ja nicht sein, dass die irgendwo immer sind. Die sind ja wirklich nie zu Hause. Alan Harris. Reset. Sim. Rose. Harris. Reset. Sim. Jason. Harris. So. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch Ivy resetten. Die ist zwar dann hier, aber egal. Ivy. Harris. So. Sehr gut. Oh, Cosmo können wir auch noch. Reset. Sim. Cosmo. Cos. Cosmo. Harris. So. Yay. Jetzt ist die ganze Family zu Hause. Da ist Jason. Hier ist Rose. Wo ist Alan? Da ist Alan in seinem Arbeitsoutfit oder so ähnlich. Hey, mit Jack musst du noch... Nein. Nein. Mit Jack musst du noch weiter interagieren, weil mit dem bist du noch nicht so gut befreundet. Geh hin. Los. Geh wieder zu ihm. Das ist dein Bro. Hey, Jack, du bist so ein Arsch. Er ist so böse. Erzähl mir eine lustige Geschichte. Ryan benimmt sich schlecht. Was? Ich wollte cool mit dir einschlagen und du warst böse zu mir. Wer ist das? Jan ist Möhre. Warum sind hier so viele alte Leute? Hayley ist so beliebt. Hayley ist einfach die Queen. Ähm, dann können wir ein bisschen Kremasse mit mir schneiden. Vielleicht Winter ist nicht so toll, aber hey, wir machen es einfach. Okay, ähm, oh, ich habe gar keinen Kommentar rausgesucht. Ich beende den Part nämlich dann mal an dieser Stelle. Ähm, und dann, wartet mal, ich lese noch ganz kurz. Okay, der heutige Kommentar ist von dem, ähm, 100 Baby Challenge Part. Und da, der kommt heute von Larissa K. Und sie hat geschrieben, hi Nina. Ich liebe einfach deine Videos und freue mich immer mega, wenn es ein neues von dir gibt. Ich hoffe, ich bekomme zum Geburtstag aus deinem Merchandise Shop etwas. Freue mich drauf. Deine Larissa. Liebe Larissa, danke für deinen schönen Kommentar. Es freut mich sehr, dass du dich auch auf mein Merch freust. Ich weiß, ich rede in jedem Part über mein Merch. Aber ich kann es kaum erwarten, bis er endlich erscheint. Noch mal zur Erinnerung, er kommt nächste Woche. Nächste Woche kommt mein Merch. Okay, das war es mit diesem Part. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüss.